Servus Leute, Blümchen am Start. Und vielleicht sieht man es schon, es ist kein Call of Duty. Warum? Weil dieser Typ, der hier gerade auch am Aufnehmen ist, so unglaublich behindert ist, vorgeschlagen hat mit meinem schwachen Herz. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir sollten nicht wegrennen, das war auch gerade so ein Stand auf einmal neben uns, weißt du noch? I can't remember. Da sagst du nichts mehr. So, okay, red weiter. Wir gehen einfach über diese grüne Wiese. Ja, okay, red weiter. Wir können springen! Ja, ich war schon voll hoch teilweise. Auf jeden Fall, ja, hab ich verfickt nochmal Schiss, ich habe noch nie Slender gespielt. Ich habe es nur... Okay, das war mein Fenster. Ich habe noch nie Slender gespielt, ich habe es nur schon öfters gesehen, von Leuten wie PewDiePie und so weiter. Das ist ja ganz lustig. Aber wenn du selber spielst mit einem 5.1 Headset, ist das nicht mehr lustig. Es war kein Spaß an dieser Baum. Es ist nicht vertrauenswürdig. Und ich bin ja eh jemand. Ich schaue gerne Horrorfilme, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber ich verkrafte dieses Spiel nicht. Oh, warte mal. Das warst du. Ja, ich weiß schon. Ich hasse dieses Geräusch nur ne? So Scheisse, so Scheisse. Ich habe das Kasta nicht aufgenommen, warum? Diese Musik. Wo bist du? Hinter dir. Renn du einfach vor! ich folg dir dann schon irgendwie. Auf welchen... Ja, das ist ein Stein. Ich weiß nicht. Oh, achso, was ist das? Was ist was? Wo bist du? Ein Grafik-Bugn alias Stein. Ja, das ist ein Stein. Alter, renn doch nicht so schnell, man. Ja, okay. Jetzt komm, ich mach's mal. Hat mich aber so richtig pseudolustig, weil ich aber nur scheiß Angst hab. Der nächste nenne ich dann aber auch noch was Länder auf. Hörst du das? Ja. Ah. Oh! Tee! Du hast so Tee, man. Ich hab Tee gesagt. Ah, wenn wir uns verlieren, dann treffen wir uns am Meer. WUH! Dieser Penner. Ich hasse dieses Spiel. Ich erinnere mich doch an's PewDiePie als erstes, was Länder gespielt hat und er einfach auf die Escape-Taste gehammert hat. Das war schon, ja. Eigentlich hättest du's ja gehammert. Hat keiner gemerkt. Ja, was läuft da so komisch mit? Ich dreh mich. Ich dreh mich nicht um, ich dreh mich einfach nicht um. Mach ich nicht. Wenn schon, dann richtig. Oh mein Gott, da ist er! Nein, da ist er nicht. Doch. Nein, das war... okay. Ich hab mich mal so schnell bewegt. Wern jetzt weiter, wir müssen diese scheiß Kuchen-Pötte finden. Davon müssen wir außerdem... oder Pudding oder was ist das? Was ist das? Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall müssen wir davon 10 Stück finden. WUH! Es ist so faszinierend. Wir sollten aber nicht zu lange stehen bleiben, weil der kommt ja irgendwann. Da gibt's Regeln? Ja? Wenn wir... wir haben's doch beim... Diese Maus in meinem Bildschirm regt mich so auf. Ja, das ist ätzend, aber das kannst du nicht ändern, man. Doch, das konnte man einstellen am Anfang. Scheiße. Da konnte man Windows-Fenster oder nicht einstellen. Hier ist ein Baum. Ja. Ich bleib immer in diesen Bäumen hängen. Da bin ich auch vorher deswegen verreckt. Ich bin gerade bei dir. An der verpatzen Aufnahme. Ja, ich bin schon. Weil du glitscht auch so gucken. Ja, aber ich hab doch gesagt, wenn man zu lange stehen bleibt, dann kommt er. Das war ja auch so gerade eben. Als wir da... Dir schockt hat, dass ich mich bewege, oder? Ja, aber als wir gerade da aufgenommen hatten... Siehst du das denn nicht? Ach, Scheiße. Oh, da ist ein Custard. Echt? Oh mein Gott. Nein. Du bist nicht drüber drauf. Ich bin durch das Custard gelaufen. Verdammt. Okay, jetzt. Du hast zwei Leute! Zwei hinter uns! Warum? Alter. Ich hab doch gesagt, dreh dich nicht um. Ich hab... Die sind noch hinter uns. Die sind noch hinter uns. Nicht umdrehen. Nein, die sind nicht weg. Wo bist du? Die sind weg. Nein. Wir sind weg. Nein. Nein. Ich als Call of Duty Experte sage dir, dass da keiner ist. Alter. Und außerdem nicht in die Berge gehen. Nicht in die Berge gehen. Das hab ich schon mal gemacht. Ey, da sitzt man so in der Falle. Dann kommen da nochmal zwei extra, Mann. Gut, dass du sagst. Ich war auf dem Weg. Ja. Wie viel haben wir jetzt schon? Zwei Stück, oder? Ja. Toll. Oh, mein... mein linkes Ohr hat Gratinitus. ylum eles bisschen So voll vollbleiben. Hier beide so Hhhhehheh. Ach ja, außerdem ist es ja ufferx auf die minate und es scheißdusther hier. Dusther! Das ist dunkel. Das ist einfach nur stockdunkel. Es ist Duxther. Daxter Daxter Oh diese pseudolustigen Dinge Geh nicht auf die Berge rüber Lass es kassern Oh nein Boah Fick dich Boah Wohin Und warum kreischen die nicht? Dann könnte ich sie wenigstens orten Weiß nicht Mein Rücken juckt Bleib mal stehen Nein doch nicht Wenn weiter Oh fuck ich will den Baum Oh 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 Ich habe keinen Bock das so spiel Sagen wir es bloß als Taschenlampe ausgehen kann Weil dann 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 Äh keine Ahnung Hier ist eins Ich wette Da ist wirklich eins Boahleck Baumheck Wenn wir es schaffen alle 10 zu finden Ne Na ja dann schreie ich mal Ja ich auch Ich wette vorher sowieso wahrscheinlich ordentlich rein Ich habe gerade mein rechtes Bein auf meinen Schreibtisch gelegt Wie auch immer du das machst Nicht in die Berge hast du gesagt Nein Es liegt wahrscheinlich die Hälfte von den Teilen liegen in den Bergen wahrscheinlich Ich wette ne Oder dahinter Dahinter ist so Disney World Ich schwitze voll Ich nicht Ich schwitze voll Seltsamerweise normalerweise Boah Meine Hand Also meine Hände zumindest Sonst geht es eigentlich Ich schwitze ja eh den ganzen Tag Pfff 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 Ist ja auch scheiß warm hier Ey Ja es ist doch wirklich warm Was? Wo? Wo hast du es gerade aufgenommen? Ich hab gar nichts aufgenommen Bei mir stand dasselbe gerade Nein wir gehen jetzt nicht zurück man Magic Es sind wir sind zu dritt Pfff Da vorne ist es mehr ne da kamen wir gerade her Yo Bro Pfff Yo Bro Nein das ist wieder der Zeitraum Yo Wir gehen einfach mal da lang wo die Typen von vorher kamen Ja pass auf da kommst du dann gleich nicht mehr weiter Cool Es ist wirklich so Mein Arsch tut weg Ich sitze so scheiße da Ich muss mein Ich muss kurz kurz meinen Fuß auf den Tisch nehmen Oh hör auf man Kannst du nicht stehen Danke Ich muss nur kurz meinen Mein Fuß wieder ähm Ankleben Ach da ist schon wieder Berg Warum ist hier überall Berg? Weil wir im Tal sind Wir müssen mal durch die Bitte laufen wir rennen bis jetzt bloß nur mal am Rand vorbei Echt? Ach warte mal warte mal warte mal Man kann auch rechts reinschauen da ist dann manchmal so ne ganz kleine Höhle also Ist noch nicht mal dunkel aber so ne kleine Spalte und da war dann auch schon mal so ein Scheißjahr drin Da sind wir mal ein bisschen rechtschauen Oh mein Herz hat auf Mein Herz hat aufgehört zu klagen Nein nicht da reingehen Warum? Ich spreche aus Erfahrung Wo? Hm YOLO Oh das ist nichts YOLO Mode Deactivated YOLO The enemies capturing Hey oh wir müssen zwei Was sagt ein Leber kranker zu einer Note? Das hat mir schon so oft erzählt So so oft Ja dann sagst du Lass Stecken komm morgen wieder Hm Hm Kastard Echt? Kastard Kastard Ja Ich weiß nicht mal was Kastard bedeutet Trotz 2 in Englisch Ist das nicht Pudding oder sowas? Ist das nicht Pudding oder sowas? Weiß ich Kastard ist auch Pudding Oder irgend so ein Gebäck oder sowas Deswegen sag ich gerade ich weiß es nicht Alter renne ich so schnell man Weil ich es nicht weiß Warum? Sag jetzt bloß dass sie da anfangen zu keuchen wie in Call of Duty so Das ist ja noch unherzig man Das ist ja noch unherzig man Wenn man noch in roten Bereich kommen kann dann fang ich an zu heulen Das ein Berg Nein das ist ein Baum Es ist so dunkel Wir haben jetzt 5 oder? Ja Ich weiß es nicht kann man das irgendwo nachgucken? Nein Drück Escape Dass man keine Nase kratzt Ich lass dich nicht alleine Wow Hast du was warst du? Dieses ständige Nichts im Hintergrund ne? Du hörst nichts Das ist voll übel Du denkst du hier wäre Natur Hier ist keine Das ist alles nur Computergrafik So also auch mal ab und zu ein bisschen rechts rein glubschen Da liegt manchmal was Rein glubschen nicht rein rennen Paul Diese Schritte Drück mal W und dann drück äh A oder D Diese Schritte machen mich kirch Wir sind schon wieder Ja wir rennen auch im Kreis so groß ist die Map nicht Ja dann lauf doch du vor Nein Nein Okay ja gut Bist du hinter mir? Nur weil ich größer bin als du Okay ja okay Wir können hinter dir her Irgendwo ich hier noch das Slender Tubby haus Und da ist ein Teil drin das kann ich mich nach vorne erinnern Alter renn dich doch schnell Ja Wir rennen hier mit einem Suchti der das gespielt hat seit es draußen ist jeden Tag 5 Stunden Erfahren Erfahren Slalom Ich werde immer an diesen scheiß Bäumen hängen Ach da ist ein Kassad So wenn wir das Slender Tubby haus So wenn wir das Slender Tubby haus Sechs von zehn So weit war ich glaube ich noch gar nicht Wenn wir das Slender Tubby haus Das ist so ne Wow bleibt da nicht stehen Das ist so ne riesig Das ist so ne riesige Kuppel Ich bin beunregt Und da kann man drauf und dann kann man rein und da liegt eins drin Dann haben wir schon sieben Stück dann müssen wir uns in den Bergen zurechtfinden dann sind wir tot Ja Guter Plan Machen wir Du bist jetzt erwähnt Verwirrung Warum kommen die nicht Warte ich bin voll ganz froh dass die nicht kommen Na ich nicht Warum Es macht mich Es macht mich viel unruhiger Schreib mich doch nicht in Steam an Es macht mich viel unruhiger Wenn ich Was nicht Wenn ich was nicht sehen kann Weißt du Deswegen mag ich diese Psycho Horror Filme eigentlich lieber weil es einfach Wo Gott Was einfach groß digger ist weil du nie weißt wann der Typ kommt Das ist hier der Fall auch Wo ist der Oder sie Ja die sind hinter uns aber ein bisschen langsamer deswegen sollten wir nicht stehen bleiben Das ist es halt So ne Armada kommt so entgegen Das höchste was ich gesehen habe waren sechs oder sieben Stück von denen Erzähl mir doch keinen Scheiß jetzt Wir sind doch gerade durch die Mitte gelaufen wir laufen jetzt nochmal nach hier dann Ich habe keinen Bock am Gebirge Hier ist aber irgendwo noch das Tubby House Hier ist aber irgendwo noch das Tubby House Ja aber wo denn im Gebirge Ihr müsst euch das Video außerdem in der Nacht anschauen Am Tag so wahrscheinlich so langweilend sich so verdeckend so Ja das Problem ist bei mir ist es eigentlich richtig kühl gerade mitzimmer geworden weil alle drei Fenster sind Bei mir ist es scheiß warm deswegen schütze ich auch so heftig man Ich bin ähm ich bin noch in Tennis Montour Ja ich geh auch ich geh dann äh ja Ja What the fuck Egal Oh da draußen schreien Kinder ne Ich hab Angst vor den Kinder da draußen Bleibt doch nicht stehen Mann ich muss mich gerade kratzen Das war ein Versehen ich bin von der VETAS Oh Gott ich bin von der VETAS Oh Gott ich bin von der VETAS Warte wo bist du? Nein oder? Da hinten bist du ich seh nicht Hier Hier Alter ich hab mich gerade mal gekratzt und meine Maus ist so nach unten Auf einmal drehen mich so wieder hoch und bist so weg Ja Ja Das heißt außerdem wird diese komischen Teile erscheinen dass wir in der Nähe sind Ja Was? Danke freut mich mach mal Angst komm Wir drehen um laufen in den Gegend komm Jump für die Freiheit WOOOOOO Ihr habt euch gesagt Laute Ahahahahahahahahahahahahaha Nein Oh der Baum der Baum der Baum der Baum der Baum der scheiß Baum Der Baum ist ein hoher Sohn Ich hab ja gesagt Laute es Ont GOTT Bist du hinter mir Ja Okay Ich drehe mich um Ist er nicht da Alter. Alter. Hier waren wir noch nicht, kann das? Ich fragte, wir waren hier noch nicht, kann das? Genau, ich weiß es auch nicht, man. Sieht doch alles gleich aus. Tausende von Bäumen. Sieht aus wie auf Endo, man. Auf dem Berg steht ein Baum. Dieser Baum sieht aus dem Penis. Warum? Ich weiß es nicht. Unz, 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 unz. Der scheiß Baum fällt nochmal um. Was hast du grad... Was haben wir... Hä? Achso, das ist Blinken auch, um uns zu informieren, wieviel wir haben. Ja, hab ich doch vorhin auch schon gesagt. Hast du nicht, du hast gesagt, ich hab keine Ahnung. Ja, Mann, war der Ersten auch... Das hab ich doch schon wieder gemeint, Mann. Versteh's doch. Kapier's mal. Ich kann grad nicht mehr sprinten anzeigen. Doch, kann ich. Bitte sag nicht, dass das so geht. Wo sind denn diese Kastards? Diese Bastarde. Witz gemacht, cool. Ja, einer sitzt noch im Slendy-Haus drin. Hm? Oh Gott, an der Tür. Schick ihn raus, den schwarzen Mann. Richard, du sollst ihn rausschicken mit dem Reden. Jetzt warte mal kurz. Jetzt warst du noch schlimmer. Ich bleib stehen und bleib bei mir. Jetzt renn nicht weiter. Okay. Du wirst jetzt nicht von mir, dass ich stehen bleibe. Dankeschön. Da renn aber nicht so schnell. Ich bin selber bei der Headset. Bitte sag mir nicht, dass... Bitte sag mir jetzt nicht, dass du grad irgendwie was Leckeres zu fressen kriegst. Nein, hab ich nicht. Wo bist du? Da. 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 Warte. Warte. Kontrolle. Niemand da. Das bringt nichts, ey. Achso, hast du gerade diesen leichten Sound? Alter, ich hab mein Headset-Pilot rumhoff, glaub ich. Hörst du mich gescheit, oder? Ja, ich hör dich gescheit. Wieso hab ich... Wo ist dieses... Also... Wenn wir zwei finden, weil eins sind im Slendy-Haus und eins oder zwei sind mindestens in so einer komischen Spalte drin oder sowas, wo man leicht rankommt, dann haben wir es schon fast geschafft. Was passiert, wenn wir zehn haben? Oh, keine Ahnung. Das heißt, sie sind so fett in der Nähe. Ja, die sollen es nicht übertreiben, die Hohensöhne. Hier wieder zurück zu Elendil. Und... 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 Und Cedric und MW3 spielen. Und da ist es wenigstens hell. Ach, Mann. Ich sag dir, wenn auf Bootleg ne Moab hochgeht, hast du das Gefühl, du spielst mit Sonnenbrille. Hast du mir diesen Sound gehört? Zum... Aber das hörst du. Das zeigt, dass dein Sound eindeutig so lecker ist. Ja, ich hab's halt, wie gesagt, ein bisschen... Ein bisschen... Ein bisschen... Sobald dir das Gesicht kommt, lass ich automatisch mit dem Daumen meine Shift-Taste los. Wird es hell? Nein, das ist das Meer. Ich hab doch gesagt, da wo keine Wolken sind, wo es heller ist, da ist das Meer. Deswegen kann man sich da ganz gut dran orientieren. Aber das bleibst du stehen! Ich kann mich nicht bewegen, mir jetzt geht's. Mach jetzt keinen Scheiß. Ich kann mich nicht schlecht bewegen. Jetzt geht's wieder. Ich kann mich wieder nicht... Ach, da kann man nicht weiter... Nicht zurückrennen! Hör doch auf! Da kann ich nicht weiter! Ich kann da links nicht weiter! Ja, gut, dann geh jetzt... Doch, jetzt kann ich weiter. Ja, wir gehen jetzt rechts. Ja, da laufen wir den aber in die Arme, ne? Ich würde einfach machen, denn wir machen schon mal ein paar Dinge. Okay, jetzt habe ich in die Merklamotten... Oh, hier. Wo sind denn die? Oh, hier, hier? Wir müssen lieber diese... Oh, wenn nicht so schnell. Ich renne nicht schnell. Ich bin im Spätsiebonus. Nee, dann nicht ganz. Sieben bräuchte ich. Schon wieder so eine öde Ebene. Das ist da raus. Schnell rein, da liegt irgendwo ein Teil. Rechts irgendwo. Ja, da, geh weiter, weiter, weiter und jetzt links. Da, 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 da. So, und jetzt schnell weg. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Warte, da vorne. Bleib stehen, warte. Bewege dich einfach. Alter, ich seh dich, ich seh dich kaum. Ja, jetzt muss ich weiter ran. So, jetzt müssen wir an den Felsen entlangrennen und rechts und links mal schauen. Wieso schaffen wir so viele? Das ist, das ist prinzipiell für mich blind. Wir gehen weiter nach rechts, man. Oh, mit Call of Duty Skills hat das nichts zu tun. Das brauchen wir noch drei Stück, bitte. Ich weiß nicht, das ist mir egal. Oh, der Baum fällt wieder um, ey. Ich glaub, der Baum, es sagt uns, wie viele wir haben. Hallo, Baum, ich möchte sagen, wie wir haben. Weil Baum, schad. Wie ist der Baum im Berg? Wie abnormal ist das denn? Hinter uns! Soll ich aber nicht um? Ich mach die Höhe? Dreh dich einfach nicht um... PADBA! Prozent da wurden die Hattel die Handkampagne ich hab ich hab ich hab hinten aber scheiß ich weiß nicht wie das Ding ist weil ich schon Knochen da ist vor allem und ich weiß nicht wie das scheiß Steißbein an der Hand und Ok was ich da kribbel ich hab so gut, steißst meiner Marm jetzt läuft mal kurz leber, die schon rechtzeitig ist hab ich Angst da ja renn einfach weiter hey die Spielentwickler haben darauf geachtet, dass man drückt, dass ich so schnell laufen kann wie vorwärts GG dazu wir müssen mal an den Felden entlang rennen, sonst wird das ja nix ja wir können jetzt ja auch nicht 4 Stunden aufnehmen, wenn wir durch den Wald rennen, ey, das ist ein bisschen langweilig Räume dann geh da nicht hin, die steht frei auf steh auf äh, die steht glaub ich nur auf, wenn man dieses Kassel daneben sammelt wie dann ne... wie lange nehmen wir eigentlich auf? weil es darf auch nicht zu lang werden, das ist auch scheiße oh toll wie du hier nirgendwo reinkommst aber irgendwo links oder rechts da lagen nochmal so ein, zwei Teile oder sowas rein Baum nix nix ja mach ich doch ja mach ich doch nein, du's nicht ich schau mir die Aufnahme an ich dreh mich halt nicht nach links, weil ich dich ja auch noch irgendwo sehen muss geh da nicht rein, nein hör auf Paul ging da raus ich hab irgendwo ganz offensichtlich links im Felsen oder rechts im Felsen toll ja, wir rennen sie einfach einmal an und lang wenn wir so oh wo bist du? ich hab schon wieder dieses Piepen gehört hab nichts gesagt Alter, ich hab grad vollen Handkrampf von Wehtrücken ja, das ist wirklich so voll zwischen Daumen und Zeigefinger ich hab grad meinen Finger gewechselt ich steuere jetzt mit kleinem Finger und mittel Alter, wir sind so weit von dem Felsen weg, man jaaaa wo? das heißt, er ist hinter uns irgendwo ja, wo? wir drehen uns die ganze Zeit alter, wie ist hier ja, das meinte ich, das meinte ich da ist was ich komm da nicht hin ich hab sie aufgenommen hab ich sie aufgenommen? nein raus ich geh da einfach drüber geh da einfach drüber komm mit jaaaa ja hier lang gelaufen OHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ah ich bin auch drüber ok, hier endet unsere kleine Aufnahme von Slender Tabby ich hoffe, es hat euch gefallen ja, genau ich hab grad in den Chat W geschrien 80 Mal und dann bis zum nächsten Mal macht's gut, Leute Tschüss Tschüss